Sigma Stage Nummer 3 Hm Nach oben, das gefällt mir nicht Oh, da ist schon der erste Boss wieder Oh Wer wartet hier auf mich? Spark my drill? Nein, das ist Nein, das ist Ich hasse ihn Ich hasse ihn Diesmal, ich lerne aus den Kämpfen wenigstens Beim ersten Mal hat er mich ja richtig fertig gemacht Aber diesmal nicht Haha Mann ist der einfach Das drückt mich jetzt ein bisschen auf Dass ich beim ersten Mal den so verkackt habe Was ist das denn hier? Hm, da oben ist Energie Aber brauche ich eh nicht Äh, das sieht nach Stink-Kameleon aus Grrrrrrrr Grrrrrr Brrrrrr Grrrr 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 Yeah Nein! Yeah! Nein! Nein! Wow! Oh du Bastard! Puh! Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen besser geworden. Aber nur ein bisschen. Boah, der da oben muss auch dran glauben. Der lacht mich hier die ganze Zeit aus. So, wo ist denn Boomer Kuanga hier? Danke! Ah! Ach, fuck das auf, ey! Spark Mandrill! Funky Mandrill! Ups! Nein! Haha! Schlecht! Hat er mich doch tatsächlich einmal gezoffen? Oh! Haha! Bats! Come on, come on, come on, come on! Oh! Launch Octopus oder was? Von einem Fischmaul ins andere! Juhu! Komm ich da oben hin? Ja! Natürlich komm ich da oben hin! Idiot, ey! Idiot, ey! Äh, was war denn hier nochmal? Achja! Rolling Schild von Amod Amadillo! Ach, ich mag Launch Octopus nicht! Das ist ein Assi! Ich hätte mir vielleicht ein bisschen früher diese Rüstung holen sollen aus, äh, Stink Chameleons, äh, Level! Zieh mir ja noch, kaum noch was ab! Platsch, platsch! Äh, wie soll man denn da drüber kommen? Vielleicht so! Was kommt jetzt? Ah, Flame Mammut! … ... ... … Idiot! ... ... … Zwei? Drei, vier. Letztes Mal bin ich beim vierten Mal nicht nochmal gesprungen. Yeah, der Moonwalk. Okay. So, scheint es Zeit für den richtigen Boss zu sein. Was war das denn nochmal? Äh? Was macht er denn? Oh, oh. Äh, was macht er? Wow. Wow. Au. Ey. Was war das denn? So, hier oben bin ich. Nein. Der war gut. Nein, der war schlecht. Okay, Konzentration. Oh. Juhu. Ich schäme mich dafür, aber. Komm. Ey. Bin ich so schlecht, oder was? So, das war's. Das war's. Nein, das war's doch nicht. Meine Fresse. Den kannte ich gar nicht mehr. Hab ich ganz vergessen. Nein, das war's doch nicht. 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 Vielen Dank.